Was ziehst du da? Mädchen, was hat sie dir getan? Magst du die Tolle nicht? Hast du lustig? Guck, das ist eine ganz nette Rolle. Das siehst du anders. Je mehr du die beackerst, desto größer wird die Nönchen. Das ist ja wohl ein Ding, ne? Nönchen, du brauchst eine Frau. So, ja, eindeutig. So, jetzt darf ich sie wieder haben, ja? Dankeschön.